Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Analyse für nur Mittwoch, den 23.06.2021 und zum Dienstag ging es erstmal nicht weiter im DAX, es ist zu oft auf der Stelle stehen geblieben, hat sich hier ein bisschen die rote Ampel angeguckt, hat ein paar Sachen gemacht von dem, was wir in der Analyse erzählt hatten, insbesondere die 6.25 hat nach unten losgetreten, hat nicht drüber gesprochen, wenn der unter der 6.70 bleibt, dass er entsprechend Platz hätte, sich hier ein bisschen nach unten zu versuchen, entsprechend auf die 5.10 und auf die 4.25 hätte er gehen können, ist leider nur die 5.10 geworden, Tifa hat das dann nicht geschafft, was ein bisschen Stabilität eigentlich zeugt, also er ist jetzt noch unter diesem Niveau drunter, könnt ihr euch die Analyse von gestern nochmal angucken, aber so wie er hochgekommen ist zum Nachmittag, das sieht vom Bild komisch aus, weil, ich sag mal, wir haben gesehen, was wir gesagt haben, der hat es gemacht, der hat es exakt gemacht, was wir gesagt haben, die Leute haben verkauft, ähm, wahrscheinlich auch viele von denen, die hier oben gekauft haben, haben denen jetzt weggetreten, und, ähm, ja, dann hat man sich halt so rübergeguckt, irgendwann die Amerikaner dazugekommen, die haben halt neue Allzeithochs gemacht, der Nasdaq da oben mal raus, Tech gut unterwegs, da wird man sich gesagt haben, naja gut, hm, muss ich jetzt hier denn wirklich noch Position im Dax ausbauen, oder kommen dann nicht vielleicht doch wieder hoch, und im Ergebnis hat sich dann halt einfach wieder hochgehangelt, das ist jetzt so ein Ausgangssager, gleiches Kursniveau wie gestern, ja, aber es würde komisch aussehen, wenn es hier in eine Abwärtsbewegung kommt, also, also wenn es eine lange kommt, dadurch, dass das hoch hier ist, und hier ist, müsste eigentlich fast ein neues hochsetzen noch, bevor er fällt, ähm, muss man, muss man so ehrlich sagen, ne, also könnte ich mir vorstellen, 670, 700, wenn er da sich schnell reinstellt, und dann nach unten macht, dann könnt ihr nochmal versuchen, langzukommen, aber, so wird das eher schwierig, müsst ihr eigentlich einen Abwärtscap bringen, ohne das wird da, wird er nicht genug Fahrt rein kriegen, wir brauchen alles hoch halt, ne, müsst ihr einmal da oben 670, 700 rein, dann könnt ihr nochmal probieren, wenn eine rote Stundenkerze dort kommt, ähm, ich hätte gedacht, der macht hier aus der Bewegung raus, das sah eigentlich ganz gut aus, dann hat er ordentlich impulsiv nach unten angezogen, hat jetzt schön seinen Rücklauf gemacht, dann hat er eine rote nach unten gestreckt, das hat eigentlich gut gepasst, hätte ich ihm zugetraut, dass er von dort wirklich dann auch die 425 anläuft, das hat aber nicht getan halt, ne, hat dann, wie gesagt, gerade mit den Amerikanern eher nach oben gearbeitet, ja, und es ist, nun steht das Ding, also so, ne, ich sag mal, eine 510 nochmal, das wäre wahrscheinlich drin, wenn er sich mit Abwärtscap reingibt, und dann schon wieder hoch, wahrscheinlich erst mal, genau, ich meine, die Bewegung steht hier im Verhältnis zur vorherigen Aufwärtsbewegung, und da muss man schon sagen, hat er echt viel Zeit gelassen, also entweder ist die Aufwärtsbewegung nicht fertig, dann macht er noch einen kleinen Dip rein, und er geht tiefer, was wir hier oben aber auf jeden Fall sagen sollten, ist, dass man da nicht zu großmütig sein sollte, also, ähm, nur weil ich sage, er kann da noch bis 700, und er kann da noch, ähm, beziehungsweise wir nehmen wir den da oben raus, nur weil ich sage, er kann ja bis 700, und dann wieder nach unten, ähm, pass ein bisschen auf, Mittwocher, Mittwoch, Mittwochs, wie, was, die Mehrzahl von Mittwochs, von Mittwoch, ihr wisst, was ich meine, sie sind dafür bekannt, dass sie eher lang durchziehen, solltet ihr jetzt hier zum, Mittwoch, nur kurz nach unten antäuschen, vielleicht, ja, so eine 5,60, 5,50 machen, wieder hochdrehen, oder gleich hochdrehen, und hier oben drüber laufen, einen so neue Halbzeit-Hochstrennen, im DAX auch, ja, wie bei den Amerikanern, bitte mal auf eine 8,50 tippen, 8,20 bis 8,50, das ist wieder drin, wenn der über das 700 rausläuft, also, ähm, ja, die Einzel-, also, das ist schwierig, das ist schwierig jetzt unten raus, das muss man ganz klar sagen, ähm, vom Chartbild einfach, weil das nicht, das sieht nicht typisch aus, um nach unten wegzudrehen, der Vortrag sah auch nicht unbedingt typisch aus, um nach unten wegzudrehen, er hat es trotzdem getan, weil er am schönen Niveau stand, aber das Niveau hat er jetzt schon ganz schön ausgenudelt, halt, er hat sich da ordentlich dagegen gestellt, und immer näher dran gedrückt, und das bietet natürlich jetzt auch Raum, dann nach oben eben durchzudrücken, und rauszugehen auch, ne, also, das heißt, würde ich mir irgendwie einen Zettel an den Bildschirm machen, oberhalb von 15.700, bitte ich persönlich nicht zu viel Short, ähm, Engagement an den Tag legen, einfach, ich glaube, das wird nicht belohnt, ich glaube nicht, dass das belohnt wird, und wenn dann, gucken wir sich, wenn dann eine fette rote Stunde Kerze, kann man es immer noch probieren, halt, ne, aber, ich würde mich dann da erstmal nicht in den Weg stellen, und vielleicht sogar einen Long probieren, halt, ne, in die Richtung, also, hier unten hat das auch, andersrum hat es auch gut geklappt, ne, hat er auch unten eine schöne, grüne Kerze geschlagen, ne, also, wir hatten auch bei uns dann geschrieben, wenn du hier unten jetzt die grüne Stunde Kerze so lässt, dann geht er auch wieder hoch bis 6.20, das hat er getan, und so wird das oben wahrscheinlich auch laufen, das ist schön angezeichnet, von der 5.10 nach oben gestreckt, das war ja eines der wichtigen Ziele runter zu, und, ähm, ja, kommt ein Abwärtscap, glaube ich, bis 5.10 und Umkehr nach oben, geht er hoch zum Start, und hackt sich aber hier wirklich ins Knie, zwischen 6.70 und 7.100, fette Kerze nach unten, dann wäre nochmal eine Short-Gelegenheit da, ne, und alles darüber, ich glaube, das ist eine vertane Chance dann halt, und dann ist das, dann hat er, dann springt er nicht auf unseren Keilausbruch an, ne, er steckt ja letztendlich noch im Bewegungsmusse drin, auch aus dem Ausbruch, er hat jetzt hier sein tieferes Tief gemacht, hat ein tieferes Hoch gemacht, ne, auch hier wäre er noch ein tieferes Hoch letztendlich, wenn man die vorherigen mit reinbezieht, ne, wenn er dann wieder abdreht, aber, wenn er den Hoch raus geht, dann, dann will er es nicht anspielen, dann hat er hier sein Pullback fertig, apropos Pullback, ja, ich habe einen Fehler gemacht hier, ähm, beziehungsweise ich indirekt, weil man sieht es hier hinten nicht, einer der ehemaligen Seminarteilnehmer, oder Online-Seminarkursen, Hurra, wir haben das ja als Online-Drain, er hat mich darauf hingewiesen, dass ich das nicht so gemacht habe, wie ich es ihm beigebracht habe, und er hatte vollkommen recht, und das ist nicht mal beabsichtigt gewesen, weil dieser scheiß Magnet mir den Kurs auf das falsche Ding gesetzt hat, der richtig so, wie der Martin immer seine Channel zieht, wäre das, wenn ich den hier anlege, und wenn ich den hier anlege, so, und dann sehen wir auch, dass das sogar richtig auf die Faust gepasst hat, so legen wir die Channel immer an, das möchte ich gerne korrigiert haben, weil es für einen späteren Kontakt nochmal ganz, ganz wichtig ist, es hat jetzt an unserer Analyse, die wir gemacht haben, nichts geändert, auch wenn es dem einen oder anderen bestimmt etwas mehr geholfen hätte, das tief einzuordnen, wir haben aber ganz klar auch gesagt, wenn grüne Kerzen auf der 3,50 kommen, dass dann eben nach oben 5,10 und 6,20 möglich sind, und die kam ja, direkt, die erste war grün, die zweite war grün, von daher hat das jetzt an unserer Analyse erstmal nichts passiert, aber wir sollten es korrigieren und gerade stellen, da auf jeden Fall auch, danke, an Jonas war das, glaube ich, genau, ja, so, also Punkt, kommt ihr runter, guckt euch die 5,10 bisschen an, guckt euch die 5,60 bisschen an, na, das sind runter zu so die zwei Marken, der Mittwoch, man muss es sagen, der Mittwoch hat eher die Chance, uns oben jetzt ein bisschen zu ärgern, das wird es schon so sehen, das heißt, er muss, um unten was zu schaffen, auch wirklich liefern, der muss weiter das Niveau hier verteidigen, die 6,25, 6,70, weiter nach unten das Ding verteidigen, ja, weiter sich wieder runterdrücken, hier, zack, und dann ist das hier Entscheidungsstelle, und ich würde denken, er tritt von 5,10 dann erstmal direkt wieder hoch, ne, weil dann hätte er hier A, B, C gemacht, oder er haut es halt kaputt, dann wäre auch weiterhin erstmal die 4,25 drin, auch, ich glaube nicht zum Mittwoch, schon tiefer kommen wird er, aber wenn die 5,10 nicht hält, wäre dann 4,25 die nächste, stand jetzt aber ein bisschen, da muss er wirklich schon Druck reinbringen, und der Gesamtmarkt hat sich doch zum Dienstag ein deutlicher stabilisiert, auch die Kryptos, ne, wenn du das beobachtet hast, vielleicht die haben richtig, richtig Druck auf den Kessel gehabt, haben das aber auch ganz gut abgefangen, dann halt, und da erstmal wieder rein, da sind halt momentan auch ultra viele, richtig krass überhebelt, auf der Short-Seite unterwegs, weil sie sich viel zu sicher sind, dass das Zeug alles noch richtig, richtig weit fällt, also ich glaube, da muss ja auch erstmal wieder, ein bisschen was bereinigt werden, bis das dann nochmal tiefer kann, aber das soll hier gar nicht das Thema sein, also wir wollen gucken, DAX, man muss sagen, stabilisiert, er hat nach unten angezogen, er hat die Idee erstmal aufgegriffen, die wir hatten, er hat das technische Bild bestätigt, und er hat sich jetzt hochgedreht, ne, und auch, wenn wir, wenn wir nochmal zurück erinnern, uns an 1, 2, 3 Analysen, ich glaube, die vom Sonntag, für den Montag, da habe ich mit Sicherheit, weil sowas sagen wir immer, mit Sicherheit auch gesagt, dass er von 3,50 auch durchaus hochgehen kann, dann wird der R von hier wahrscheinlich, nochmal so zurücksetzen, auf die Tiefs, und sich dann aufdrehen, und das hat er getan, also, wenn der hier oben rausgeht, dann zügelt euch ein bisschen, gerade die, die da auch gegen sowas gegenhauen wollen halt, kann da locker bis 8,50 gehen dann der Kerl, na, also, in dem Sinne, das sind die wichtigen Bereiche, das ist die 6, die Zonium 630, 670, die ist wichtig, ja, also eigentlich die 630, die 670 bis 700, die ist da, jetzt so für so einen kleinen, morgendischen Schlenker oben, ganz, ganz interessant, wenn er von dort eine fette rote Kerze wegdrückt, könnte ich mir vorstellen, dass dann ein bisschen was geht, dann auch übrigens unter 15, na, also, wenn er hier oben war, dann hat er ja ein höheres, also, dann ist das eine Bewegung, die ist dann hier fertig, und dann kann er auch drunter hier, dann hätte er auch von hier, wenn er hier sich richtig wegwirft, hätte er, klar, Zwischenziel, 550, 15, aber hätte er dann eher das hier, wenn er von hier direkt nach unten dreht, dann glaube ich, wird es in dem Bereich dann schon ganz schön dünn, die Luft halt, ne, dann wird er wahrscheinlich von hier wieder hochgezogen bekommen, wenn nicht gerade sogar schon im Bereich um 565, 550, ja, also, das soweit die Erwartungshaltung, die Bereiche, von denen sich was geht, denkt dran, es geht nicht darum, dass wir wissen, wo was passiert morgen, sondern, die einzelnen Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, dann einfach im Tagesverlauf gegen zu prüfen, haben wir, hey, könnt ihr dann, ich sitze an 9 Uhr da, dann seht ihr, ist der DAX dann hier oben, dann hat gerade eine rote Stundenkerze, dann könnt ihr sagen, ah, das hat man in der Analyse besprochen, dann müsste jetzt das passieren, dann kann man das handeln, ne, oder, wir kriegen abwärtsgelb, der Markt drückt sich auf die 560, ich sehe das, dann weiß ich in der Analyse, ah, okay, hier könnte wahrscheinlich, der Markt ist wieder nach oben drehen, vielleicht mache ich jetzt hier erst mal ein kleines Teilverkäufchen, wenn ich noch einen Short offen habe, ne, oder bei 510 eben, ja, bietet sich beides an, beide Bereiche bieten sich an, ne, ähm, damit er, wenn er dann hier wieder hochdreht, eben das nicht macht, oder, wenn ich sehe, boah, Alter, der eröffnet vielleicht schon an der 670, steigt dann über die 700, gerade drüber, 8 Uhr schon drüber, 9 Uhr bleibt er stabil, heelt drüber oder drückt noch höher, dann weiß ich, dass er da vielleicht nicht unbedingt zu sehr gegenschlagen muss, weil er eben auch noch bis 87, 850 gehen kann, und das ist die Art und Weise, wie man dann halt auch die Analyse im Tage verarbeiten soll, deswegen sage ich auch immer, macht euch einen kleinen Zettel, ne, schreibt euch da ein bisschen was dann dran, weil man vergisst, ist viel zu, viel, viel zu leicht, und dann sitzt man am nächsten Tag da, guckt sich die Morgenanalyse vom letzten Tag an, und sagt, ja krass, Alter, der hat wieder genau das gemacht, was wir eingezeichnet haben, der ist von hier oben, ist hier runter, ist wieder hier hoch, dann hat er einen Short Trigger, dann ist er bis zum Ziel, dann hat er den nächsten Short Trigger umgeworfen, ist wieder bis zum Ziel, hat hier unten die grüne Kerze bohrt, und ich habe nirgendwo was mitgetradet, so sitzt man dann da, wenn man nicht über den Tag einfach mit der Vorbereitung arbeitet, und das ist eine Vorbereitung für den Tag, ne, und am besten kann man sich die nutzen, wenn man sie einfach immer wieder im Tage dann auch vor Augen hält, ne, das heißt, Zettel schreiben, kleine Notizen machen, oder irgendwie dafür sorgen, dass man den Plan vom Tag noch im Hinterkopf behält, und dann halt einfach durchziehen, ne, und wenn es dann nicht klappt, dann ist es dann halt so, ohne Risiko hat man keine Chance, man muss auch mal riskieren, irgendwo auf die Nase zu kriegen, sonst wird man nie treffen können, ne, und dann auch mit Überzeugung versuchen falsch zu legen, weil nur dann kommt er auch mit Überzeugung richtig in die Take Profits rein, halt, ne, so unsicher drin rumstochern, und ach, ich nehme mal doch lieber raus, und ich mache doch wieder rein, und ach, ne, vielleicht schiebe ich den Stopp doch dorthin, und ne, dahin, das ist ein Privatanlegerverhalten, damit agiert man nicht professionell am Markt, und wird wahrscheinlich auch nicht erfolgreich werden, na, also, in diesem Sinne, ich wünsche euch Spaß, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschöö.